Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Leute, bei Imperium Galactic Survival. Mit dabei ist wieder Onkel. Hey! Ja, guten Tag. Und der Gavax. Yo, hi Leute. Sauber. Und wie ihr seht, es hat sich ein bisschen was verändert am Spiel. Zum Beispiel oben die Icons auf der Karte da oben. Wir haben jetzt ein Raumschiff-Icon. Wir haben jetzt ein Basis-Icon, wo ich jetzt gerade draufstehe. Es ist jetzt sogar möglich. Deutsch, wie ihr es unten seht. Gesundheit, Nahrung, Sauerstoff, Ausdauer. Ja. Ja, also man sieht, es wird entwickelt, das Spiel. Es gab einen schönen Patch und es kamen ein paar Sachen dazu. Ja, aber das Einzige, was halt doof ist, ne? Dass alles weg ist, weil wir ja das letzte Mal gestorben sind. Richtig, aber das ist nicht so schlimm. Das wollte ich gerade sagen. Aber der Gavax darf noch was erzählen. Und zwar hat er ja noch ein bisschen was gelesen über den neuen Patch. Und es gibt wohl einen neuen Planeten. Bitte erleuchte uns. Ja, und zwar gibt es einen Dschungelplaneten jetzt. Da ist es schon möglich, direkt Sauerstoff zu haben. Also du kannst da quasi dann ohne Helm rumlaufen. Ja, und man kann auch den Helm abnehmen. Das geht. Das geht mit der schönen Taste U. Das wollen wir uns jetzt hier aber nicht antun, weil hier haben wir keinen Sauerstoff in der Atmosphäre. Deswegen brauchen wir ja auch den Sauerstoffcontainer hier. Ich will nicht nur den mutigen Zeitschlein zuschauen, aber gar nicht. Warte, guck, ja. Okay, können wir ja mal ganz kurz machen. Genau. Dich auch. Man sieht schon, das beschädigt uns ganz schön. Und der ist jetzt ganz schön im Keuchen hier. Aber es funktioniert. Ich habe das Gewehr gebaut. Ich wollte ein Sturmgewehr bauen. Wie funktioniert das jetzt? Weil ich habe das immer noch nicht gebaut. Reicht doch, bis ich tot. Also du kannst, rechts musst du jetzt auf die ganzen Vorlagen klicken. Und links hast du dann die Items, die du reinlegen musst. Jetzt habe ich es gebaut. Okay. Was für eine Munition brauche ich dafür? Magazingröße 25, Munition 6,8 Millimeter. Ja, okay. Genau. Ja, nicht immer so viel fragen und mal selber rausfinden. Ja, und ich meine, es macht ja Sinn, dass man die Helme abnehmen kann in Gebäuden oder auf Planeten oder auf Schiffen, wo man halt Sauerstoff hat. Weil das spart auch Sauerstoff. Also vom Anzug selber. Hat auf jeden Fall Vorteil. Erinnert mich vorher ein bisschen an Space Engineers. Da haben sie es ja auch gemacht. Ich bin so glücklich, dass das Spiel auf Deutsch ist. Endlich. Dann kann ich doch endlich mal alles hier lesen und so. Kannst du mal alles verstehen. Ja, erst mal. Oh, wir können sogar einen Minigun bauen. Das ist aber jetzt neu, oder? Die war vorher nicht. Doch, die gab es glaube ich auch vorher schon. Echt? Weil das sieht aus wie Base-Verteidigung. Weil dieser Raketenwerfer-Geschützturm, der sieht nie aus, können wir den in die Hand nehmen, sondern auf unsere Base setzen. Guckt gleich mal genau hier rein, weil das sieht richtig aus, als wären das Waffen für die Base. Oder für unser Raumschiff. Müsst du da gleich mal schauen. Ich glaube auch. Die Base für die Base. Voll geil. Gibt es wahrscheinlich auch neue Monster dann. Was machst du denn da, schönes Onkel? Laser-Lade. Das ist gerade dieses neue Ding an. Hast du... Das ist zum Löschen, ne? Ne. Doch, das ist zum Löschen, was du in deiner Hand hast. Ach, deswegen ist die Laterne weg. Mhm. Du kannst damit mit Rechtsklick reparieren und mit Linksklick zerstören. Aber das verhält sich halt eigentlich für, also das ist eigentlich für Objekte da und nicht für Berge. Ja, aber es ist trotzdem gut. Funktioniert trotzdem, ne? Boah, guckt euch mal eine geile Waffe an, liebe Leute. Schaut euch das an. Wo, wo, wo? Ja, sogar mit Rechts kann ich sogar zielen, wie so ein Halbverwirr. Okay. Ich hab ein, äh, ein Stummgewehr mit so ein Zielvisier, richtig geil. Scope. Da baust du jedem mal eine Waffe? Ich? Ja, oder Gabax, kannst du ja auch machen. Ja, mir ist das wurscht. Jetzt kann er, jetzt kann er es ja lesen. Ja, was ich noch brauchen würde, ist, äh, so ein, so ein, äh, Abernter. Wie heißen die Dinger? Ja, ist das der Entfernen- und Reparaturwerkzeug? Aber ist das ein Triller? Ist das der... Nicht Entfernen- und Reparaturwerkzeug. Äh, Verdampfer gibt's und Begradigungstool. Also wahrscheinlich der Verdampfer, oder? Ich brauche davon. Ja, ja, das ist der. Also Verdampfer heißt er übersetzt. Ähm, dieser Bohrer, der wird sein. Habt ihr alle noch einen? Nein. Gut, dann brauche ich mal gleich drei Stück von den Verdampfern, oder? Hm. Also für jeden einen. Oder habt ihr, ihr habt ja keinen an Verdampfer, ne? Was für Verdampfer denn jetzt? Ja, das ist der, wo man die Ressourcen abzuhören. Der heißt, was? Ja, der heißt übersetzt. Ach, Verdampfer, oh lol. Also ich hätte jetzt, ähm, ja, Abernter oder Bohrer verstanden, aber... Verdampfer? Okay. Das ist ja eine seltsame deutsche Übersetzung für Driller. Vielleicht würde ich aber gerne den zweiten haben, weil dann kannst du mich noch da anheben. Ja, kann ich, äh, den Begradigungstool, oder was? Na, da ist ja, ich weiß nicht, welche Farben die haben, den, den, der blaue ist ja nicht noch. Okay, dann kommt doch rein, drei, drei Stück gibt's da. Ich hab die, die sind jetzt eh drin. Die könnt ihr euch so rausnehmen, wenn die gleich fertig gebaut haben. Ähm, ich glaube, wir müssten mal einen zweiten Constructor bauen, weil, irgendwie brauchen wir den momentan am meisten, ne? Ach, wir haben, wir haben keine Munition. Ich muss natürlich noch Verdampfer-Munition herstellen. Ähm... Verdampfer-Munition. Okay. Achso, da hast du zwei hergestellt. Ach, wir haben jetzt gar keine Verdampfer-Munition, stimmt. Ne, gar nicht. Also, ich hab noch ein bisschen was, aber... Also, ich kann dir mal eine abgeben. Boah, Alter, wie geht denn das jetzt hier an? Ja, schau mal, da, da liegt was. Rivano, da. Ich bin echt dafür, dass wir echt nochmal schnell so möglichst auf einen anderen Planeten flattern. Ja, das hatte ich nämlich eigentlich auch vor, dass wir mal Straster bauen. Allerdings, äh, sollten wir erstmal noch einen zweiten Constructor bauen, weil... Du kannst doch jederzeit das Ding nicht bauen, weil du mordere jahre empfehlen. Was denn, für was? Constructor? Ne, für den Bohrer erstmal. Oh, Bohrer. Was brauchen wir denn für Materialien? Dann gehen wir das mal losholen. Da knurr, kuscheln die beiden, ja? Das ist eine Frau, weißt du, die schiebt dich immer weg, ja? Hier, und zwar, bei diesem Begradigungstool brauchen wir noch zwei Electronics. Ich glaube, aber die kann man ja bestimmt hier herstellen. Und zwar, hier. Okay, ist da dran und bearbeitet das Ding. Oh, ich hab Hunger. Habt ihr schon die Sachen weggeerntet? Habt ihr irgendwas zu essen irgendwo? Ne. Im Essen, im Schrank, im Kühlschrank vielleicht? Das stimmt, im Kühlschrank vielleicht, ja. Da unten steht noch was. Der Tipp ist aber immer noch Englisch. Jetzt gibt's auch so die Lackierpistole haben wir ja schon. Ach, jetzt ist da auch einer dran. Sorry. Alles wird nicht betutscht. Da, touching. Machst du was zu essen, Gabak? Ach, Onkel, geh doch mal gerade von dem Ding weg. Das wär sehr nett. Ne, ich will doch euch Munition basteln, oder? Ja, ne, das ist jetzt gerade nicht... Ich möchte erstmal einen Constructor bauen, damit... Dann kannst du nämlich separat Munition bauen und wir können dann separat noch was anderes bauen. Ja, Moment, ich mach mir noch dieses... Was brauch ich dazu? Gesteinsmehl. Och, Gesteins... Gesteinsmehl geht nicht, weil dazu brauch ich Schotter. Schotter? Wo krieg ich Schotter her? Wir können auf der Map gucken, wir brauchen ja eh noch ganz neue Ressourcen. Wo krieg ich Schotter her? Kohle, ähm, Silizium. Eisen, Magnesium, Kobold. Das wird gar nicht mehr auf dem Map... Das ist das Schwarz, aber wir können ja jetzt nichts abbauen. Wie soll man jetzt abbauen? Ich hab doch... Wie, wir können... Ich... Was meinst du? Brauchst du Munition für deinen Ernter, oder was? Silizium hab ich gefunden. Eben, wir können ja nichts abbauen, wenn wir nichts ernten können. Wenn wir dieses Gerät nicht haben. Ja doch, ich hab ein Magazin. Willst du eins haben? Ich hatte mir vorsichtshalber immer drei Stück mitgenommen. Ja. Sehr vorbildlich. Ich bin jetzt wieder an der Basis. Achso. Dann schmeiß ich dir eins hin. Ich hab auch 750 Munition. Ja, dir hab ich ja eine gegeben. Genau. Deswegen. Und hier sind jetzt auch drei Stück drin. Die hast du gerade wahrscheinlich hergestellt, ne? Nein. Ah, dann waren das noch die, die ich hergestellt habe. So, dann brauchen wir noch... Was brauchen wir denn noch? Ähm, das Einzige, was ich auf jeden Fall noch brauche, bevor wir aufrechnen... Jetzt ist gerade die große Fräse, weil das lesen wird. Ich, 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 ist, ähm, ist Essen, Essen. Ach, Essen, Baucher. Ich bin fast verhungert, ja. Mein grüner Balken ist... Ja, mach dir doch was zu essen. Ja, mach dir. Einfach an den Generator hier, oder? Mal schauen, ob ich was zu essen machen kann. Ob ich so... Das ist sowieso unser nächstes Ziel, dass wir auch mal eine anständige Essensversorgung haben. Kaffeebohnen könnte ich machen, toll. Aber sonst kann ich nix bauen an Essen. Aber was brauchen wir denn jetzt noch für irgendwas? Wir brauchen, ähm, äh, ja, Nahrung. Nein, also wir brauchen auf jeden Fall, äh, äh, Fiber. Ich weiß nicht, wo wir das jetzt genau finden können. Oh, im Gebüsch. Okay. Oder war das nur bei Arkt? Warte mal, ich glaube, das ist... Ich glaube, ja, du kannst doch hier diese, diese Gebüsche aufsammeln, oder nicht? Das Fiber. Also von euch kann keiner jetzt, äh, Essen herstellen für mich, oder? Warte mal, hier, das ist... E drücken und was hab ich denn jetzt eingesammelt? Hast du gerade die Electronics rausgenommen? Nee, das ist super kalt. Wie sehr, wo sind die hin? Electronics hab ich verarbeitet. Ja, shit, die brauchen wir. Ja, shit. Also die, die vor... Also ich hab vor uns zwei, zwei, äh, waren ja schon die Electronics weg. Und da hab ich einfach Electronics hergestellt. Weil wir brauchen jetzt Silizium, ähm, um überhaupt Electronics herzustellen. Ja, dann müssen wir... Silizium-Mine gibt's. Silizium-Mine ist ganz oben. Ja, das ist ja das, wo ich das letzte Mal war, ne, mit dem Silizium. Ganz, ganz oben. Haben wir denn gar keinen... Naja, nee. Wir haben nur noch Silizium-Erz, zwei Stück, das reicht aber nicht. Wir haben gar nichts mehr, weil alles weg ist, weil alles... Wahrscheinlich, weil da der Rivano Munition hergestellt hat und seine sinnlose Waffe. Ach, jetzt doch. Okay. Aber gerade, äh, muss ich sagen, kämpfe ich gerade gegen Skopione und ich bin sehr froh, dass ich die Waffe dabei hab sogar. Gibt's doch auch ausbrechen können. Würde ich sagen, müssen wir mal schnell, äh, uns aufmachen zum Silizium. Ja, das war schön, wenn wir da zusammenwarten, weil da drittend ist nämlich auch ein Ding. Ja. Wo seid ihr denn jetzt? Ach, da. Ja, wartet kurz, aber bevor ich da hingehen, muss ich irgendwas essen. Ja, vielleicht finden wir was auf dem Weg. Ich hab hohes Fleisch gefunden, zwei Stück. Wie kann ich die fertig machen? Einfach in den Foot-Processor. In den, in den Klo reingehen. Ja, dann mach ich das, dann mach ich das Klo rein und dann... ...klarstellen. Mmh, erstmal das Essen ins Klo stecken und danach kann man das Essen so... Richtig? Appetitlich, dass ich schon richtig Bock hab drauf, mein Fleisch jetzt ins Klo zu packen. Liebe Klo-Leute. Ah, lass mal an dem Vieh vorbei laufen. Wartet ihr bitte noch irgendwas, was ich gegessen hab? Nee. Dann kannst du uns wieder herkommen. Nö. Wtf. Oh, ich... Vor uns da noch sind Vieh. Äh, Inventar? Einfach in die Warteschleife, oder was? Ah, ich verstehe. Was? Ach, Onkel, du gehst ja... Ich bin gerade im Wasser. Grips kann ich auch noch herstellen, gut. Achso, ich dachte eigentlich, die hätten jetzt hier auch Schwimmanimationen erstellt, aber... ...scheinbar doch noch nicht. Ich glaube, die greifen noch im Dunkeln, dann hab ich irgendwie das Gefühl. Kann auch sein. Würde natürlich Sinn machen. Ja. So, dann müssen wir jetzt hier mal übers Wasser... Hast du noch irgendwas hergestellt, am Munitionsmäßig? Nein. Ja. 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 Wobei, da müssen wir ein bisschen weg davon, ne? Das haben die echt schön gemacht, ja. Hm, Kontax. Ja, ja. Ah, jetzt gibt's, ne, Quatsch. Helm an, Schwerkraft an, das war schon immer, ne? Schwerkraft, ja. Aber Helm gab's halt vorher nicht. Ah, okay. Ja, das ist dann wahrscheinlich dann hinterher, wenn wir dann auf dem Planeten sind. Geht. Wo dann grün ist, dann gibt's wahrscheinlich auch keine Schwerkraft. Dumm, 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 dumm. Dumm, 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 dumm. Oh, was haben wir denn? Ach, so, das ist... Habe ich jetzt schon mal Pfeiber oder so eingesammelt? Moment, was ist es nicht? Was es nicht? Ich weiß leider nicht, wie Pfeiber aussieht. Ähm, also klar, es sind Sträucher, aber ich weiß nicht, wie es hier aussieht. Oh, nicht Pfeiber eigentlich Wurzeln. Pfeiber ist getrocknetes Gras. Also, quasi, Heu. Wurzeln, du. Bitte? Ich dachte, Feiber sind Wurzeln. Nee. Oh, scheiße, ich hab Hunger. Ich verreckt gleich. Aber man sieht jetzt auch die Mini-Map. Da, Corn Dogs, vor uns. Die Mini-Map, war die auch schon immer da? Ich kann mich gar nicht dran erinnern, dass oben rechts die Mini... Ich kann mich auch echt nicht dran erinnern. Ich glaube, dass die neu ist, ja. Ähm, hinter dir sind gerade ein paar... Davidson-Viecher. Ja, Holly Davidson-Viecher. Ah, nee, Godzilla-Viecher. Godzilla-Viecher. Fuck, Ausdauer ist vorbei. Oh nein, da ist ein Skelett... Äh, ein Skelett, ein Skorpion. Oh man. Ein Typ, der hat gerade einen sehr schnellen Herzschlag. Ich bin nicht froh, wenn ich hier raus bin. Was? Ey, wisst ihr, was geil wär? Ich weiß gar nicht, ob das hier geht. Ähm, dieses Schiff, was da abgestürzt ist, wenn man das wieder klar Shift machen könnte und dann damit abhauen könnte. Ähm, du kannst... Das ist was hier abgestürztes hinter uns. Ich werde angegriffen. Ich weiß gar nicht, ob ich so viel Muni habe. Hilfe! Ich weiß gar nicht, wo du bist. Ich hab keine Muni mehr! Nein! Ich bin... Ich bin... Äh, links von dir oder so. Schnell aufnehmen. Oh, die... Die Ausdauer ist aber schnell weg. Muni liegt ganz offen, ehrlich sagen. Scheiße, ich bin vergiftet. Ähm... Äh... Das haben die auch umgestellt. Die war viel... Äh, länger war die... Ah, ne? Also meine Ausdauer, die... Ich weiß nicht, die ist momentan voll im Arsch. Wie krieg ich denn die? Die... Die geht gar nicht mehr hoch. Nee, die geht gerade wirklich nicht mehr hoch. Wenn man stehen bleibt, geht's ja nur. Haben die auch geändert. Echt? Bei mir geht's gar nicht hoch. Ach doch, jetzt! Das ist beim... Das ist beim Laufen. Es sieht dann auch immer hoch. Ja, genau. Beim... Wenn man ganz normal gegangen ist. Oh, hast du ne weiche Haut? Geht nicht. Kann man nicht so essen. Was geht nicht? Hallo, die Fähre fressen. Boah, wir sind hier umzingelt von diesen Viechern. Ja, Vorsicht hinter dir! Okay. Hab schon gemerkt. Hab schon gehört. Ich würd... Ich würd mal sagen, wir laufen jetzt zum... Dings... Lol, meine Ausdauer ist schon wieder leer. WTF? Ähm... Ja, ich würd sagen, wir... Holen ganz schnell ein bisschen Silizium und... Machen uns dann wieder auf den Weg zurück. To it. Was? Fuck. To it. Aber stimmt, wir gehen dort dorthin. Kann ja auch wieder zu der Stelle. Warnbarmen. Was, habt ihr alle noch Oxidene und sowas? Jetzt... Oh ne, mein Sauerstoff geht auch runter. Fuck! Kann es sein, dass es... Ach ja, durch Sprinten geht das Sauerstoff... Geht der Sauerstoff auch schneller runter. DÖ DÖ Wie DÖ DÖ Okay... Genau. DÖ Sauerstoff. Den... Sauerstoff. Dadi, das ist scheißegal. DÖ DÖ Sauerstoff. Du Scheiße, jetzt geht meine Nahrung noch runter, ey. Fuck. Alles geht zur Neige. Ich bin der Wüste und hab nix zu trinken. So warm. Und mich verfolgen irgendwelche Viecher. Ach, da ist der Onkel. Ach stimmt, das... Das patchen sie wahrscheinlich auch irgendwann noch, ne? Dass man nicht ständig bei seiner Leiche spawnen kann, weil dann wär das ja ziemlich lame. Weil das ist ja ein bisschen zu einfacher. Das kannst du ja als Location Point aus. Warum nicht? Naja, momentan kannst du, ähm, auswählen zwischen Spawn Punkt, also unserer Base, weil wir da ja so ein Medical Ding hingestellt haben, oder, ähm, da wo du gestorben bist. Oder am Startpunkt. Oder am Startpunkt. Ja. Aber wo du gestorben bist, das ist ja ziemlich sinnlos eigentlich. Weil, dann ist es ja gar nicht schlimm, wenn du stirbst. Weil dann kannst du ja immer wieder deine Sachen aufsammeln. Weißt du? Ja. Es sei denn, du bist natürlich in so einer fiesen Phase, wie du schon mal, immer angetestet, ne? Angetestet, dass die dich die ganze Zeit abknallen. Oh man, meine Nahrung ist gleich weg. Pfuuu. Wui. Achtung, Skorpion. Wo? Der kommt direkt auf dich zu. Zwei sogar. Fuck. Wo? Wie? Wie? Du brauchst die Munition hier. Aus Lager. Von da hin. Aus Lager. Stört mich nicht schon wieder. Zu spät. Fuck. Ich hab' keine aus. Alts. Shit. Ich bin in ein Loch gefallen. Ja, das ist das Siliziumloch. Ah, scheiße. Nein. Ich bin hier raus. Ich lass mich raus. Cool. Und die Viecher. Cool. Ach du scheiße. Die klettern da ja raus. Fuck. Gibt's denn überhaupt noch Silizium zum abfarben? Oder? Ja. Jetzt bin ich tot. You are dead. Oh, ich bin Vater. Okay. Das war's auch mit meiner Munition. So. Current Location. Yup. Ich bin auch fast tot. So. Ähm. Ach da. Ich lock' jetzt das Viecher runter und lass' mich töten. Und äh. Oh, hier sind vier Stück von den Godzilla's ein. Was brauchen wir? Silizium habt ihr gesagt, ne? Ja. Richtig. Oh mein Gott. Ich zieh mich still. Es sah gar nicht so weit aus, dass ihr so weit weg seid. Kann's mal sein. Aber wenn ich, wenn ich bei Emryk bin ich drei Jahre von euch entfernt ist. Weil ich, und jetzt bin ich gestorben, verblutet. Was machen wir jetzt mit dem scheiß Vieh hier? Felix Station. Current Location. Ich komm mal zu dir. Ich will den nochmal alleine angegriffen werden. Alter, da unten. Kann es sein, dass dieses Vieh hier etwas größer ist als andere Viecher? Kann das sein, dass das irgendwie so ein Mutter-Tier ist oder so? Oder das wirkt ein bisschen stark? Oh, ich renne jetzt auf jeden Fall erstmal. Ich kann ja gar nicht das Vieh besiegen, das ist das Ding. Was habt ihr denn für ein Vieh, Godzilla? Godzilla und ein Skorpion. Godzilla. Wie schwer ist es? Ich hab noch vier Schuss. Damit werde ich wahrscheinlich auch nicht mehr machen. Mit dem Verdampfer kannst du jetzt auch keinen Schaden machen, ne? So, an die Viecher. Ne. Sammeln wir da unten meine Sachen ein. Und ich lock die Viecher weg, lass mich töten und komm nochmal von dahem raus. Welche Sachen? Meinst du mich oder Gabax? Nee, mich. Gabax, meine ich. Okay. Meine Sachen einfach mal einsammeln. Hä? Meine Sachen einfach mal einsammeln. Ja. Und ich versuch das Viehzeug irgendwie nicht. Was ist denn Scheiß, den du mit hast? Was willst du mit den ganzen Pflanzen? Meine Gesundheit geht gerade runter. Ich bin gleich down. So. Aber das hier hab ich jetzt noch von dir her gelockt. Ja. Das war's. Jetzt bin ich wieder tot. Gut. Verschwinden die Rucksäcke eigentlich irgendwann? Ja. Du musst ja mal wieder einsammeln. Current Location. So. Also ich muss das unbedingt ändern. Das einsammeln auf ähm. So dein Zeug liegt da. Auf E stellen. Das ist ja grauenhaft wenn das die ganze Zeit auf T ist. Nein. Dann stellt das doch ein. Öffnen die Wände auf. Ich gehe. Dankeschön. Hier liegt noch das Lithium. Oh wir sind ja wieder mit dem Part rum leider. Ui. Das ging aber schnell jetzt. Ja dann. Ja dann würde ich mal behalten. Ja liebe Leute dann würde ich sagen war wieder ein schöner Part. Und wenn es euch doch gefallen hat dann schaut auf jeden Fall mal bei allen beiden Kanälen oder bei allen drei Kanälen vorbei. Und mit dem Daumen hoch. Wir waren nur sehr gezählt Künstler. Das haben wir gestern schon erlebt. Gott. Ach 10. Was ich hab. Ja, wir sind acht Spieler, ne? Acht von sieben. Ja, war sehr lustig. Könnt auch mal rein tun. Samstags kommt immer was Lustiges gemeinsam. The Forest. Samstag, 14 Uhr. Auf allen Kanälen. Hier Samstag. Richtig coole. Kann man nur empfehlen. Agar Wax und Onkel sind natürlich auch dabei. Ey, mach keinen Lärm, wenn ich mich hier verabschiede. Das ist die Drohne. Okay, Leute. Willst du sagen, ne? Oh, der Terminator ist da drin, ja. Ja, und dann lass doch bitte einen Daumen oben da. Oder auch ein Abo, wenn es euch gefällt. Dann würde ich sagen, hören wir uns morgen wieder. Und sehen uns morgen vor allem. Bis dahin. Ciao. Tschüss. Und wir meinen mit oben nicht die Decke. Tschüss.